Hallo, ich bin Carsten in HEMA und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja und ich habe ja gedacht, dieses Jahr bleibe ich vor ungestürzten Bäumen auf dem Weg verschont. Aber es sieht so aus, als würde ich 2016 immer noch ständig was im Weg liegen haben. Und dann ist es auch noch tierisch matschig hier. Ja, ich bin mal wieder bei meinem Kumpel Christian im Sommerland zu Besuch. Und Christian hat dann vorgeschlagen, hier in der Nähe soll ein Aussichtsturm sein. Einer von den vielen Bismarcktürmen. Und dahin sind wir jetzt gerade unterwegs. Schauen wir mal. Musik 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 Ja und die letzten paar hundert Meter zum Turm, ich kann die Zinden schon sehen, geht es dann jetzt hier über einen Kammweg auf dem Bergrücken. Und das mag ich persönlich ja immer sehr gerne. Musik 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 Das ist gedrückt mit der Kirsche drin, gedrückt mit der Bananenstee und der Litter Bananenstee. Nein! Nein! Das ist eh genug. Ach so, auch mal so. Ja, das ist eh gut. Da sind auch Lünche drin, Mandeln und Dackelpiers. Cool! Hihihi! So, ich kriege die Flamme auch noch. Ich glaube, ich habe jetzt noch mal die Flamme noch gestimmt. Dann kriege ich halt die Seele mit Weiß der Böe und den Rekkonenzen erst von der Kackpappe auf. Dann kriege ich drauf. Das ist groß, hat das zu mir kasselhaft. Nachdem wir ein kleines Päuschen gemacht haben, werden wir jetzt so langsam den Bismarck-Durm verlassen und wieder zurück Richtung HEMA, weil ich denke mal, dann wird es auch so langsam dunkel werden, wenn wir wieder zurück sind. Na ja, schau mal, ich nehme euch noch ein Stück mit. Ja, jetzt sind wir gleich wieder in HEMA am Ausgangspunkt zurück. Ich kann hier durch die Bäume schon die ersten Häuser sehen. Das da hinten gehört auch schon dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.